Es ist Jahre her. Das Jahrhundert war jung und im Umbruch. Alles änderte sich an diesem einen Tag im Februar 1809. Er begann mit einer guten Nachricht. Wirst du dir gewiss? Und am Abend lag unser Leben in Trümmern. Eine Bayerin in Tirol. So was Dummes habe ich in meinem Leben noch nicht gehört. Was auch immer mich erwarten sollte, es war mir recht. Franz! Das ist die Katharina, mein Weibels. Dido! Das ist ein insere Walder. Das ist ein insere Berg. Und wir wehren ihn jetzt. Herr, ein Führer ist dein Gastwirt und ihr seid Bauer. Wo mein Gewehr ist! Wir seien wieder frei! Oben ist Ofer-Geschicht gelassen! Tirol wird fallen! Der hau-gottische Filz rausrein! Tirol liegt in Scherben. Die Leute verrichten es auf dem Weißer. Das kann ich tun. Wir seien die Weiber. Und wir trugen das Land.